So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2 aktuell Multiplayer Parts. Der letzte Multiplayer Part ist das jetzt, weil die nächste Session ist dann wieder in meiner Wohnung. Und da habe ich ja keine Möglichkeit Multiplayer zu spielen aufgrund des Internets. Und deswegen nutze ich das hier noch ein bisschen aus. Gerade läuft es auch ganz gut. Also der letzte Part lief echt gut. Mal gucken wie dieser Part läuft. Da sehe ich schon, dass da ein Springboard runterfällt. Also normalerweise ist das ein Auto-Level. Das ist safe ein Auto-Level, das wir nicht spielen können. Ja, das ist safe ein Auto-Level, über das man jetzt hier durchgeschossen worden wäre. Irgendwie. Ich kann jetzt nur versuchen, zu hoffen, da anders durchzukommen. Und dass die Zeit nicht genau auf die 50 Sekunden geht. Don't shoot at me, thanks. Oh boy! Das Problem sind jetzt halt die 50 Sekunden. Und sowas hier. Ja. Da geht dann auch nichts mehr. Scheiße. Aufgeben will ich nicht, weil dann mache ich Punktverlust. Ich warte, bis die Zeit abgelaufen ist. Das ist jetzt ja zum Glück nicht sehr lange. Insofern ist es jetzt gut, dass die Zeit nur so kurz ist. Aber das ist natürlich... Das hat halt in den Multi-Licks verloren. Das ist jedem klar. Warum packen Nintendo das dann da rein? Warum machen die nicht eine Qualitätskontrolle? Und schicken wirklich nur Level rein, die den Gegeneinander-Tag haben. Und zu vor allem Sachen, die automatisch... Machen wir es andersrum. Nicht jedes Level muss rein, was den Gegeneinander-Tag hat. Es gibt ja wirklich schöne Level, die man spielen kann, die nicht diesen Tag haben. Aber Level, die den automatisch-Tag bekommen, die sollten von vornherein ausgeschlossen werden aus dem Multiplayer. Das ist Zeitverschwendung. Wir haben keine Chance, hier irgendwas zu machen. So. Aber jetzt kriegen wir zumindest keinen Verlust. Dankeschön dafür. Ach, was ein Blödsinn. Das war halt Mist. Das war halt kompletter Mist. Es hat ja den automatisch-Tag, den hat es ja auch zurecht. Aber dann darf es halt nicht im Multi landen. Entspannend. Und ich habe jetzt den Toplam Gold. Und ich hab, wenn ich was da nicht Ludodie. gegen die zeit autoscrolling auch das ist ein tag der nix im multi verloren hat also autoscrolling nicht gegen die zeit aber es holt ja gar nicht auto vielleicht kommt das noch komme ich darum komme ich darum nein so close schade problem wenn jetzt wirklich noch eine autoscrolling abschnitt kommt dann ist vorbei aber bisher gar keine autos kohle blume und meinten die hätte ich auf die pflanze feuern können die folge ist auch gleich auf die pflanze die mario ist gestorben aber war nicht ganz vorne insofern wird das nix das ist meine nemesis pflanze du gehst drauf so wo ist jetzt das autoscrolling gewesen es gab kein autoscrolling wer auch immer das gebaut hat hat keine ahnung was autoscrolling ist aber gut multiplayer technisch ist ein level vollkommen in ordnung gewesen da kann man nichts sagen ja voll in ordnung sag ich aber warum auch lieber japaner denkt bitte doch über das wort autoscrolling nach automatisches scrollen hat das ist das level automatisch gescrollt nein 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 Bäm, 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 bäm. Jetzt machen wir mal kurz Licht. Sonst würde es gleich wieder auf die Augen gehen und das wäre nicht so gut. Die brauche ich heute noch. Juhu, 4 von 4. Meister D81, Rissplenty und Blitz 765. Race to the finish, gegeneinander. Okay, ich bin gespannt. Gut, eine anfangs-Röhre ist schon mal unfair, weil nicht jeder gleichzeitig durch kann. Aber vielleicht kommt ja noch, vielleicht kommt ja noch ein Unterschied. Wir werden es sehen. So, ich gehe als Zweiter durch die Röhre. Ist okay. Vielleicht kommt ja noch... Genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Ne, sowas kommt noch und sowas ist dann wieder fair. Ist okay. Jeder positioniert sich. Keiner ist trollig und drückt nochmal den P-Switch. Danke, Toadette. Nicht... Was will ich denn damit? Warum? Hätten nicht wieder überwerfen sollen. Holy shit, sind die alle dämlich. So, können wir jetzt loslegen? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ne, Toadette. Geht einfach mal später los. Abflug. Oh. Oh. Nein, das braucht es auch nicht. Mist, ich bin hinten. Ich bin hinten. Ich bin hinten. Jetzt kommt gleich der Hammer-Teil, ne? Ja, 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 ja. Warum da zwei sind, weiß ich nicht. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das ist ja furchtbar. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Sieht nicht gut aus für mich. Sieht nicht gut aus für mich. Ah, es geht noch weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Okay, Feuerblumen-Teil. Achso. Achso, Boss-Fight-Teil sozusagen, ja? Lass mich in Ruhe. So. Komm, komm, komm. Go jetzt hier. Oh, nein. Da ist wieder einer schneller. Aber vielleicht bin ich schneller an der Box. Vielleicht bin ich schneller an der Box. Komm schon. Oh, es ist noch nicht zu Ende. Das gibt es doch nicht. Okay, ich darf da nicht... Ah, das war blöd. Oh, nein. Ich darf da nicht springen. Nein. Aber immerhin mit am Ziel. Immerhin mit am Ziel. Da jeder die gleichen Chancen hat, ist das okay für ein Multilevel, ne? Das mit dem Hammer ist halt so ein bisschen nervenaufreibend, aber ganz sicher nicht verkehrt. Kann man schon anbieten. Ich mach Mittel. Ich mach Mittel. Das Problem ist so ein bisschen diese P-Switch-Geschichte, wenn man so blöde Idioten hat, die dann anfangen rumzutrollen. Ich hätte den P-Switch nicht zurückwerfen dürfen. Ich weiß nicht, warum ich ihn zurückgeworfen hab. Dann wär's eher losgegangen, aber gut. Was soll's. Was soll's. Was soll's. So, haben wir jetzt keinen allzu großen Verlust gemacht, weil wir zumindest noch ins Ziel gekommen sind. Eh, so fand ich das schon okay. Okay, neue Gegner. Einer hat auch drei Sterne. Pipe Rally. Gegeneinander. Okay, ich bin mir mal gespannt. Oh, ich hab den hochgepfeffert zur Blume. Ob ich das gleich bereuen werde, werden wir noch sehen. Hä? Hä? Ach, dann ist's hier. Verstanden. Nee. Hä? Oh. Nee, auch nicht. Äh, öh, okay. Ja, genau. Da musst du irgendwo die Ranke sein. Ah, jetzt! Lass mich doch da raus, du Pflaume. Na, es war so klar. Alle kommen raus, nur er hängt wieder hier unten rum. Nein! Oh, jetzt wollte ich schnell sein. War wieder nix. Ja, letzte mit dem Checkpoint. Warte, hol ich mir zumindest noch das Power-Up hier. So. Werd viel zu langsam sein. Mist. Äh, okay. Wow, wo kommt der denn jetzt her? Wo war denn jetzt ne Schlüssel? Hä? War hier irgendwo ne Tür? Ciao. Und geh jetzt mit dem Schlüssel hin. Cool, dass wir einen haben. So, jetzt gib mir mal den Schlüssel und dann... Ach! Okay, wisst ihr was? Weiß nicht, wo ihr hinwollt, aber hier geht's nicht weiter. So. Mein Gott. Lass mich in Ruhe. Ihr seht doch, dass hier die Plattformen sind. Da muss man hier halt auch warten auf die Plattformen. Guck mal, da kommt jetzt die Plattform wieder. Dann fahren wir mit der Plattform eben mit, ne? So. So. Nein. Ich wollte da hoch. Yes. Ach, jetzt habe ich meine Ruhe. Jetzt kannst du mich mal. Nein. Wieso falle ich runter? Nein. Ist nicht mein Ernst. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Mach dich weg. Mein Schlüssel. Nein. Scheiße. Das blöd ist, man hat hier dann echt ganz schön lange. Oh nein, es ist die andere Plattform noch nicht da. Oh nein. Okay, okay, okay. Go. Einfach da drauf. Auf die komme ich auch... Nein, jetzt hat er die losgeschickt. Oh shit. Oh shit. Okay. Wenn ich da runterfalle, kann ich mich nur umbringen. Oh, ich glaube, der Luigi ist oben. Scheiße. Okay, meine Waffe. Das ist super. Ja, es nützt jetzt... Jetzt sind die drüben. Jetzt sind die drüben. Das war's. Ah, ist das dumm für Multiplayer wieder, ne? Hat er das nicht mit gegeneinander getaggt und dann baut er so einen Mist hier ein? Dude. Jetzt sind sie ja alle drüben. Ich wollte mich verarschen. Ne, ich meine, ich hätte ja auch drüben sein können. Ich habe sie einfach nur versaut. So. So, da komme ich auch so hoch. Da brauche ich die andere nicht für. Ich habe halt den Sprung auf die grüne, habe ich halt versaut. Weil ich halt doof bin. Oder hoch muss ich. Da ist die Tür. Da war die Schlüsseltür. Alles klar. Aber das Level ist noch nicht zu Ende. Was ist denn hier los? Kein Checkpoint bisher. Das ist nicht gut. Ich brauche irgendeinen Power-Up. Okay. Aber die sind auch nicht wieder gestorben seitdem. Aber die sind fleißig noch am Rennen. Macht mir Sorge. Okay. Den Schuh nehme ich mit. Und den Stern auf. Wieso hat jetzt einer aufgegeben? Was ist das? Was ist das? Ah Mann, dieses Gelänge. Was ist das? Was ist da los? Geht es hier hoch oder was? Wo sind die? Die sind in einem anderen Raum auf jeden Fall. Weil die werden nirgendwo angezeigt. Ja, okay. Die sind in diesem Raum. Ja, da unten sind sie. Da ist auch mein Checkpoint. Ach so. Ach so. Verstanden. Es geht wahrscheinlich nicht, wenn ich den Schuh habe. Kann es sein? Kann ich mich da nur geduckt reindrehen? Äh. Okay. Wie geht das denn dann? Ach, mit den Dingern da oben. Ja, klar. Habt ihr wieder Blödsinn gemacht, Freunde? Da muss halt einer da hochgehen und die holen. Mein Gott. So. Jetzt kann man da durch. Ab jetzt da. Ja, super. Nein, da drin ist das Ziel. No. Was? Ernsthaft? Oh mein Gott. Wie viel Glück hat ein Einzelner Mensch. Boah. Wie viel Glück hat ein Einzelner Mensch. Ich bin der Hinterste und springe einfach durchs Ziel. Wie viel Glück hat ein Einzelner Mensch. Wow. Also das. Also darauf komme ich gerade wieder nicht klar. Das ist ja unglaublich. Ach, leck mich doch mit deiner Datenübertragung. Alter. Das ist, äh. Ich bin fasziniert. Ich bin einfach nur fasziniert. Das war viel zu viel Glück gerade. Wall Kicks. Das klingt für Multi super. Ja, das ist ein ganz tolles Multilevel. Weil man sich überhaupt nicht gegenseitig auf den Kopf springen kann. Ich warte. Ich warte eine Runde. Ja, genau. Dann kommt er auch noch. Es ist... Jeder hat ihn... Oh mein Gott. Jeder wurde erwischt. Cool. So, ich nutze jetzt meine Invisible für die Frames. Um ihn zu killen. Scheiße. Aber der kommt wieder nach einer Zeit, ne? Ich weiß es. Ne, der kommt da nicht. Der Lakitu ist vorhin auch nicht wieder gekommen. So, einmal runter. Ja, shit. Ich habe schon befürchtet, dass der Mario loslegen wird. Ah. Keine Chance. Multiplayer-technisch schon wieder ein Mist-Level. Multiplayer-technisch ein Mist-Level. Ah, wenn ich bei den Notenblöcken nicht runtergefallen wäre, ne? Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Sky-High von Miracle-Max. Klingt nach einem vertikalen Level. Oder auch nicht. So, gib mir... Ja, gut. Danke. Ach, Mann. So, ihr seid jetzt groß. Haut ab da. Geh weg. Scheiße. So, haben wir jetzt alle genug getrollt und können wir das Level spielen? Dankeschön. Oh, boy. Okay, die Plattform ist wichtig. Ich muss aber jetzt ein bisschen hier auch an mich denken. Ich hätte wahrscheinlich so ein Springboard mitnehmen müssen. Und da ist mein vertikaler Level-Abschnitt, den ich gesucht habe. Äh... Nichts sicher, ob das richtig war. Oh, boy. Hau ab da. Hau ab da. Okay. Ein Checkpoint wäre jetzt ganz nett. Oder ein Ziel? Ich nehme beides. Nein! Und statt einem Checkpoint oder einem Ziel bekam ich den Tod. Juhu! Das war riskant, aber was soll ich tun? Aber wofür? Ist nicht der ihr Ernst. Danke. Ja, da kann ich nichts machen jetzt. Ich könnte mich so nach oben arbeiten. Es wäre möglich. Es wäre möglich. Aber der Check... Oh, da drüben kommt man raus. Wie weit ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Viel zu wild. Oh mein Gott! Ich hoffe, das sieht keiner. Nein! Jetzt ist die da auch. Lol. Alter, ich hasse diese Noten! Ah! Springboards. Ja, fuck. Ah! Nur weil man mit diesen scheiß Springboards nicht umgehen kann. Und dann auch noch mit Legs. Ah! Nee! Ich weiß es nicht. Ich mache Mittel. Darf mein Salz nicht zu sehr, aber es war kein Toll. Toll war es nicht, aber es war auch kein... Ah! Das war... Ach! Diese Springboards, ne? Ich war jedes Mal... Ich war so oft vorne. Ich hätte so oft das Ziel haben können. Wenn diese scheiß Springboards besser funktioniert würden. Boah! Beziehungsweise dürfte ich wahrscheinlich einfach nicht die Springboards nutzen, sondern gehe über die Platten rüber. Das wäre wahrscheinlich besser. Ah! So ein Blödsinn. Jetzt habe ich nicht einen Level-Namen geachtet. Irgendwas mit Winter. Okay. Ähm. Ach du Scheiße. Ja gut, dann kann ich aber einfach durch, weil er löst jetzt alles für mich aus. Dankeschön dafür. Und tschüss. Aber das Problem ist, die sind alle anderen. Alle anderen sind vorne. Das heißt, da werde ich jetzt nicht schnell genug durch. Okay, es gibt einen Checkpoint. Ach Gott. Viel zu langsam. Oh boy. Fuck. Wie kann man denn bei so vielen... Wie kann man denn bei so vielen Claws sterben? Also ernsthaft, wie kann man denn... Oh Mann, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und wo ich sterben könnte. Mist! Ja, keine Chance mehr. Weiter, 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 weiter. Oh Mann. Wieso habe ich da... Ah, ich wollte ihm eigentlich toll geben. An sich war es ein schönes Level. Okay. Okay. So, aber wir sind auch gleich am Ende des Parts. Mein Salzgehalt steigt. Ich sollte es lassen. Machen wir noch eine Runde und dann hören wir auf. Beziehungsweise machen wir halt wieder, bis ich verliere. Das heißt, wenn ich jetzt wieder gewinne, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Und ansonsten hören wir auf. So machen wir das jetzt einfach. Ganz easy. Einer hat den Stern. Okay. Ah, yes, Collision. Das klingt ja auch wieder nach einem super Multilevel. Äh, okay. Okay, keine Ahnung, was ich bekommen habe. Aber ich habe die Feuerblume bekommen. Da kommt nicht mal der Stern jetzt durch. Doch, der Stern kommt durch. Hä, ich bin das? Und wie kann ich jetzt... Houston, we have a problem. We have no key. Hä? Wie hat er das gemacht? Lass den Halt durch die Tür gehen. Wir kommen doch eh nicht weiter sonst. Komm, geh rüber. Geh einfach durch. Lass ihn doch einfach durch gehen. Jetzt bringt er sich um. So, geh einfach durch die Tür. Nein, er soll durch gehen können. Du musst dich ducken und... Mein Gott, ey. Dankeschön. Weil wie auch immer ich davon durchgekommen bin, das habe ich nicht verstanden. Hä? Da unten drunter war das Ziel. Ich habe das Ziel ausgelöst. Was? Was? Unter dem Ding war das... Was? Was? Einer. Einer. Was ist das für ein Part, was Glück angeht? Erst bin ich der Einzige, der da durchkommt. Keine Ahnung. Obwohl ich nicht mal der bin, der den Stern hat. Irgendwie hatte ich plötzlich doch einen Stern. Keine Ahnung, wer ich war. Und dann bin ich unten. Und dann bin ich der, der durch den Eiszapfen rennt. Und die anderen gehen durch die Tür und kommen so nicht ins Ziel. Und der andere... Alter. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Das ist ja... Das ist ja unglaublich. Luigi Battle Royale. War das ein Multiplayer-Level? Das sieht wie eins aus. Oh Gott, da fließt, da schießt gleich was runter. Da links. Einfach durch. Einfach durch. Es ist alles... Gut. Okay, gehen wir da durch. Das wird wohl richtig sein. Das ist wie am Anfang. Ja, das war super richtig. Auf jeden Fall. Ähm. Hä? So, also wo muss ich hin, wenn ich hier oben bin? Ach, da ist noch eine Box. Die habe ich nicht gesehen. Da ist die nächste Box. Nein! Ach, scheiße. Ich hätte einfach runterfallen können. Das habe ich aber auch nicht gewusst. Okay, also hier rüber. Der Start ist klar. Dann warte ich hier. Dann kann ich mich hier einfach fallen lassen und kann hier in die Box rein. Und dann keine Ahnung. Dann gibt es Millionen Sterne, von denen ich keinen einzigen mitnehme. Wow. Dann rennen wir. Dann ist hier ein Schlüssel, wisst ihr mich ver... Der Schlüssel war wahrscheinlich woanders vorher. Jetzt kommt die Sterne hier schon an. Auch in Ordnung. Was ein weirdes Level. Ja, jetzt kommt die Sterne hier schon an. Weil wir sie getriggert haben wahrscheinlich. Ja, aber wenn jetzt den Schlüssel nicht... Ja, mein Schlüssel. Meine Box. Nur die Box. Wo ist die Box? Da ist die Box. Alter. Alter. Ich bin's einfach heute. Was ist denn das? Ah, ist schon ein weirdes Level. Keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ein sehr weirdes Level. Das hatte den Tag automatisch. Wahrscheinlich war das wirklich möglich, dass man einfach nur durchlaufen kann. Keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. So, wir haben unseren Streak. Das heißt, bis wir verlieren, spielen wir noch. Ich hätte gerne ein Power-Up. Genau deswegen. Ah, lass mich los. Holy Shit, war das knapp. Ah, ist hier nicht mal ein Power-Up drin oder was? Doch, da. Lass mich in Ruhe. So, fast alle sind gestorben. Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Der könnte hilfreich werden. Da war auf jeden Fall ein Checkpoint. Das ist nicht gut. Da ist der Checkpoint. Okay. Nur Luigi ist vorne. Wenn Luigi stirbt, haben wir gute Chancen. Aber Luigi stirbt nicht. Oh nein, das war so knapp. Ich hätte mal auf Verdacht nach vorne schießen können, die Shell. Aber gut. Ein bisschen kurz. Und wir haben verloren. Das heißt, der Part ist zu Ende. Bevor ich es vergesse. Danke fürs Zuschauen. Ähm, wie gesagt, wenn jetzt die nächsten Tage nichts kommen sollte, habe ich es nicht geschafft. Ansonsten kommt die nächsten Tage was. Ihr werdet es selbst sehen. Vielleicht kommt auch wieder Cadence. Mal gucken. Weil, vielleicht pausiere ich einfach mal wieder kurz ein bisschen Make-up. Kann man ja machen. So viel passiert jetzt ja auch nicht, die Zwischenzeit, ne? Äh, ja. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.